Ach genau, wir können ja verwalten. Jetzt habe ich ja auch die Dragunov bekommen. Da kann ich doch mal gleich... 13.000! Nice! Die Gegend checken. Dann verbessere ich, glaube ich, mein Ratatat. So, nehme ich noch was mit. Hat der Käfer so viel gebracht? Ich weiß nicht, ich habe alles auf einmal verkauft und es waren halt 13.000. 11.000 bei mir. Ja, 2.000 mit dem anderen, okay, 13.000. So, was nehme ich alles mit? Ich könnte erstmal die hier hin bewegen. Soll ich denn noch Gewehr mitnehmen ohne Artikel? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Hm. Könnte ich... Warum habe ich eigentlich zwei Pistolen? Ich... Kannst du dir eine verkaufen? Ja. 200, ey, ich glaube, Tag... Na gut. Wenn du die Pistole von 70 auf 100 Schuss aufwerten willst, kostet das 12.000. Okay. Dann ist es aber Maximum, dann hast du 100 Schuss in einem Magazin. Ich habe jetzt schon 70. Ich habe jetzt schon 70. Du musst dir einfach mal bildlich vorstellen, ey. So ein zweieinhalb Meter langes Magazin unten dran hängen. Ja. Na gut. Ich wäre so weit. Äh, ja, ich denke ich auch. Ich belasse es, glaube ich, bei den Waffen. Willst du noch weiter, oder? Äh, ein Kapitel oder so noch. Ja? Okay. Wenn das okay ist. Ja. Ja sicher. Ja sicher. Ja sicher. Ja sicher das. Ja sicher das. Ich habe gehört über Irving. Wir sind auf der Pause. Ja, aber es werden andere Möglichkeiten sein. Schäuble zur Headquarters. Das ist Headquarters. Was ist deine Situation? Es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Irving auf seinem Weg zu einem Ölfeld in den Marschlands. Wir sind wieder zum Delta-Team und gehen da jetzt. Entstanden. Oh, scheiße. Ach. 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 Drücken wie ein bekloppter Ich guck mal, ob ich um die Motorräder denke, ne? Das Auto ist eh krabbeln auf der Seite Ey, das ist voll Mad Max Aber sowas von So, die Motorräder hab ich alle Auto ist da nebenhin Auto ist auch weg Äh, festhalten Das ist keine Animation für festhalten Kontrollpunkt Auto von links Was? Ach da Ich kann gar nicht so weit drüber Ich mach hier die Ich mach jetzt Machst du mal drüber? Wow Ne, so weit drüber kann ich auch nicht Der Fliegerverkaufswert zieht Ach, das kann man abschießen Wo ist denn mein Fahnenkreuz? Wo ist denn mein Fahnenkreuz? Da ist mein Fahnenkreuz Oh Alles rot hier Ja Das Fahrzeug hat nicht mehr so viel Energie Ne Oh, von links kommt wieder ein Auto Auf der rechten Ich mach links Oh Ach Okay, links ist tot Der rechts komm ich nicht mehr dran Der rechts ist auch tot Oh, links ist wieder einer. Oh, links ist... Oh, oh. Oh. Ich stehe da aber noch. Ja, dann machen wir es eben noch mal. Also, ich fand mich jetzt eigentlich gar nicht so scheiße. Oh, guck mal, volle Energie. Ja, das ist schön. Zack, der ist den ersten, als vom Motorrad gekriegt. Ich melde die alle weg. Oh. So. Ich weiß gar nicht, was besser ist. Ob man eher die Fahrer wegschießen sollte, oder? Festhalten. Oh, oh. Schmerz, der Fahrer, das hat Energie abgezogen. Das war eben, als wir über so einen komischen Stein drüber gefahren sind. So, wo wir ein bisschen wie so einen Flug hatten. Oh, da hat es auch haftet zu. Ich kann das Auto nicht angreifen, deswegen nehme ich mir die Motorräder vor. Ich schmeiße in jemanden die Drecksmonotorfs. Ah, hier drüben ist sie auch noch. Überheiz, piep, 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 piep. Wo kommen die denn alle her? Warum trifft die nicht? Der fährt noch keine zwei Meter neben mir. Kontrollpunkt. Kontrollpunkt. Wow. Wow. Es gibt keine Ahnung von diesem Flughafen, ohne dass ihr zwei etwas über es tun könnt. Bam. Rote Fässer auf dem Flughafen. Muss man natürlich auch verschießen. Überhitzt, überhitzt. Ich kann nicht weiter schießen. Ach, deine Knifte können wir hitzen? Nein, ich meine nicht. Nicht sein Ernst. Außer ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe zwischendurch immer mal wieder Knopf losgelassen. Und hoch. Halt doch einfach an. Ich würde, ich würde, du bremst doch einfach mal. Ja, ist doch wahr. Ich würde gerne, aber ich kann nicht treffen. Okay. Das ist ja ungefallen. Ungefallen. Lkw müde, Lkw schlafen legen. Oha. Hä? Ich glaube, das war es. Da waren aber noch welche. nicht sch碰 drauf, weil ich vergleiche 악d with Gott! Was ist Medласт? soll es dominieren. SonstGB αυτ Hessen. 1 bis. 4 bis jetzt. Schaffen wir eindeutig, ne? Hätten wir auch einfach anhalten können. Aber wir wollen doch vor denen flüchten. Ja, weil kann man auch einfach anhalten und drehen. Obwohl die wahrscheinlich schneller sind mit ihren Mopeds, aber... Was hätte ich getan, Miss? Look out! Go, go, go! Get to the truck! Take this, you other fucker! Was ist der hässlich? Hier waren wir auch schon, ne? Ja. Ah! Fuß! 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 Ach Mist. Ja, wenn ihr den Fuß hebt, sollten wir auf den Fuß schießen, Jörg. Hat das was geholfen? Ich glaube, wir müssen die Tentakel-Dinger wegballern. Ich nehme das rechte. Da links steht ein Molotov, Mann. Stimmt. Dann treffen wir. Okay. Ah, jetzt ist es übernetzt. Bei mir auch. Das ist ungut. Fuß! Ich verpeile das immer mit dem Dicken. Ich glaube, ich kümmere mich jetzt mal um die... ...und die zwei, drei fiesen Typen da, die dann stehen und gehen. Doch. So passiert. Kommunikationsfehler. Ein Fehler ist aufgetreten. Der Gastgeber hat die Sitzung beendet. Ach, hast du? Okay. Das Spiel wurde ausgesetzt. Ausgesetzt. Ja, es wurde ausgesetzt. Ich drücke dann mal auf okay. Moment. Ausrüstung im Status überschreiben. Wenn sie... Nein. Geht im gespeicherten Fortschritt verloren. Also ich bin noch im Spiel drin. Halt wird gespeichert. Soll ich dich wieder einladen? Bitte warten Sie einen Moment. Ja, mach das mal. Wir haben noch letztens gesagt, hier von wegen, wir hoffen, dass bei der nächsten Aufnahme weniger technische Probleme auftreten. Ey, aber es hat noch kein einziges Mal geleckt, ne? Nein! Das stimmt. Du willst mich nicht mehr einladen? Okay. So stehe ich. Ist gut. Trotz im Vorfahren, nein. Ich kann dich nicht einladen. Oh. Meine Place hat sich aufgehangen. Ne, doch nicht. Was ist denn jetzt los? Ich kann nur auf Einladung akzeptieren drücken. Ich habe gar nicht die Auswahl, dir eine Einladung zu senden. Das ist aber blöd. Ja. Dann gehe ich aus dem Spiel raus. Also gehe ich ins Menü. Ja. Dann müssen wir es nochmal über das Spiel starten probieren. Ja. Da ist ja, denke ich mal, hier bei dem Ogre ist ja... Ja! Meine Fresse, ey. Obwohl hier ein Speicher. Hier bei dem Ogre ist, denke ich mal, ein Speicherpunkt. Ja, denke ich auch. So. Fortsetzung. Nochmal ordentlich hinsetzen hier. Ja, ich höre nicht. Ich warte. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ach ja. So. Fertig. Ja, weiter. Ich habe diesen Geschützturm, mit dem ich gerade jetzt rumballe, 12.161 Mal abgefeuert. Woher weißt du das? Woher weißt du das? Ich bin gerade im Statistikmenü dran. Haha. Okay. Ach. Ich möchte. Keine. Keine. Ein Fehler ist aufgetreten. Hm. Aber es läuft immer noch. Oh. Warum kann man denn die Sequenz nicht wegdrucken? Dann müssen wir uns die Sequenz gleich nochmal angucken. Wenn ich dich einladen kann. Ja, er ist tot. Wir wissen's. Da kommt der Ogre. Ich sehe gerade in der Statistik, ich habe drei Emblem eingesammelt. Wow. Zwei haben wir jetzt schon gefunden. Das ist ja richtig viel. Und mein Spielfortschritt ist bei 25%. Und ich habe es einmal auf normal komplett durchgespielt. Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe. Ich habe jedenfalls ein S-Ranking bekommen. Immer nur A's oder B's. Traurig. Da bin ich jetzt im Glück nicht dran schuld. Oh ja. Oh. Hattest du mir eigentlich geschrieben, dass die Order scheiße ist? Ich habe geschrieben, dass ich es nicht so überragend fand. Ja, okay. Und du hast geantwortet, ich hätte keine Angst. Ja. Hast du auch nicht. Ich finde das Spiel so mega geil. Das ist so... Ich fand... Ich fand das war zu viel Film. Und zu wenig Spiel. Aber ich fand die Story so geil irgendwie. Ich möchte Start drücken. Ich bin doch gar nicht online. Warum? Verbindung unterbrochen. Zu was? Ich glaube, es bedeutet nicht mehr. So. Kann ich dich jetzt... Ich gucke einfach mal, ob ich dich einladen kann. Vielleicht ist auch irgendwas mit dem PSN los. Keine Ahnung. Na, da bin ich ja auch drin. Nö. Na, da bin ich ja auch drin. Ich kann dich nicht einladen. Dann... Machen wir hier Schluss. Da können wir den Ogre als nächstes bekämpfen. In der nächsten Aufnahme. Direkt zum Einstieg. Schön mal gegen den Ogre ankämpfen. Ja. Na gut. Dann... Äh... Vielen Dank, dass du dich wieder dazu entschlossen hast, mit mir aufzunehmen. Gerne doch. Gerne doch. Ähm... Yo. War ja jetzt schon ein bisschen länger her, ne? Ein Jahr? Jo. Ein bisschen. Fast ein Jahr. Obwohl, ich weiß nicht... Genau. Ich glaube, ich habe das sogar ein bisschen verzögert hochgeladen. Es kann ja so sein, dass wir noch 2015 das aufgenommen haben. Ähm... Weiß es aber nicht. Ja gut. Aber dann... Mir hat es auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Ja, ich fand es interessant. Mhm. Auch mal wieder ein bisschen mehr da reinzukommen wieder. Ins Zocken. Mhm. 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 Ja gut. Dann, äh... Hoffe ich auch mal, beziehungsweise hoffen wir, dass euch diese Aufnahme auch gefallen hat. Nö, ich hoffe das nicht. Nö. 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 Ähm... Ähm... Jo. Dann, hoffe ich mal, dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss! Tschüss! Tschö, tschö! Vielen Dank.